Alter, ich bin Gangster und ich hab dir gesagt, das ist ein Glück! Junge, du bist der Post! Die nachfolgenden Zehens sind Notzonderheilung, deswegen gedacht nicht zu Diskriminierung, komisch sprechen unter Menschen mit ausländischem Akzent, deswegen sind die Zehens für Menschen mit wenig Humor ungeeignet. Lesson 1 Verdrehen Sie den Satz so, dass man es versteht, aber dennoch nachdenken muss. Hey! Hey! Ja? Hey, pass mal auf! Kommt ein Zombie, sagt mir okay, bei mir! Ey, pass mal auf! Kommt ein Zombie, sagt mir okay, bei mir! Kommt ein Zombie, sagt mir okay, bei mir! Lesson 2 Geben Sie Tätigkeiten eine Persönlichkeit! Weil dann klappt das Glitch! Ach, dann klappt das Glitch! Weil dann klappt das Glitch! Vergib deinen Falten, aber vergiss nie, niemals ihren Namen! Jaa! Jaa! Und wir müssen jetzt noch einmal... Jaa! Jaa! Du bist dann wieder zuhause! Jaa! Junge, du alter Hacker, Mann! Alter, ich bin Gangster, Mann, ich hab dir gesagt, das ist ein Glück! Junge, du bist der Boss! Alter, ich stelle dich zu, du bist still, ich stelle dich zu hoch, Alter! Neue, du bist der Wunden! Wie geil! Das ist so geil! Hey, stop, Fern, der Kopf! Ja? Hey, Kuma, macht es dir auch okay? Wenn der Typ das erobern darf, grad nur das auch glückstig macht wie ich, dann musst du hier in die Ecke, ich dich nur erzähl, was der Typ ist. Okay. In diese Ecke halt, in die beiden letzten, und dann drückst du, und dann drückst du, wenn ein Aufzug runtergeht, Aufzug, wo, ähm, runtergeht oder hochgeht, dann bist du hier, du landest hier! Ich vergesse es niemals, ich will jeden Tag weit, Alter! Ich will jeden Tag weit, nicht schlafen! King! Ich bin die Opfer, Alter, ich bin Gangster, Gangster! Du bist der Gangster! Eine Wendung macht Straf, eine Wendung macht Straf, eine Wendung macht Straf, der... Und dann kann ich, wenn, wenn die Aufzug hochgeht, dann kann ich auch... ...da oben bleiben, da, guck... Ich bin King, direkt, direkt, direkt! King! Hey, guck mal, die verrecken alle, hey, guckt euch die an! Guckt euch die an! Ihr marschiert in euer Verderben, Fleischfresser! Äh... Ist das nicht...